Ist dir auch aufgefallen, dass es im Park total leer war? Wie in einer Geisterstadt. Eine Geisterstadt? Kennst du nicht? Dann pass mal gut auf. Jetzt kommt Kritzel erklärt. Hallo, ich bin's wieder, euer Kritzel. Heute mit einem neuen Wort. Unser Wort heute ist Geisterstadt. Eine Geisterstadt ist keine Stadt, in der Geister wohnen. Eine Geisterstadt bezeichnet eine alte, verlassene Stadt ohne Einwohner. Also braucht ihr keine Angst haben, falls ihr mal eine Geisterstadt besucht. Jetzt wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.